Musik Ja, kam euch das Stück bekannt vor? Ich hoffe. Sonst wäre das ein Zeichen, dass ich es vielleicht nicht so gut gespielt habe. Das ist nämlich der Classic Song der nächsten Ausgabe des Acoustic Players, die Ausgabe 2.18 und das Stück ist natürlich der Folk Song House of the Rising Sun und davon zeige ich euch zwei Versionen. Einmal die, die ich gerade gespielt habe, eine Fingerstyle-Version in der Art von Chad Edgins, Merle Travis oder Tommy Emanuel und dann auch noch eine zweite Version als Strumming-Begleitung. Wenn ihr dann doch lieber die Melodie singen wollt und euch nur akkordmäßig begleiten wollt, dann könnt ihr da auch sehen, wie das geht. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen in der nächsten Ausgabe und sag bis dahin. Ich würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen, wie das ist. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann sehen, wie das ist. Vielen Dank.